Guten Abend miteinander, willkommen zu einer weiteren Runde Trouble in Terrorist Town. Wir sind mal wieder auf dem Airbus, weil wir heute nur eine kleine Besetzung haben, nämlich Fisk, Julie, Nephi, Boster, Kundran, Dalu und ich. Darf ich Fisk propkieren, Detective Julie? Warum haben wir überhaupt eine kleine Besetzung? Die hat wieder die extra tiefe Stimme ausgepackt. Detective Julie? Nee, ich hab mich extra nicht geholfen, das ist cool, oder? Darf ich Fisk propkieren? Nein. Es ist auch möglich. Möglicherweise. Okay, dann los, dann versuch's halt. Irgendeiner muss es ja machen. Hab ihn, glaub ich, oder? Nein, wen hab ich? Oh nein, ich hab Kundran erwischt. Du hast einen erwischt. Wie konntest du sowas nur Kundran tun? Wo hast du einen erwischt? Oh, scheiße. So hast du auf mich geschossen? Nefi ist es. Aber das zeigt immerhin, dass ich es nicht bin, weil ich wollte Fisk und ich hab Kundran erwischt. Back to life. Leute, kommt mal hier Richtung Eingang. Ich hab'n Verdacht, dass es eventuell nefi sein könnte. Ich weiß nicht, warum Dabu auf ihn geschossen hat. Ich habe daraufhin Dabu getötet. Ah, Fisk hat auf mich geschossen, Julie. Ah, ich hab' ihn nicht geschossen. Ich hab' ihn nicht geschossen. Ich hab' ihn geworfen. Oh, ups. Hab' ihn. Geworfen. Hab' ich mich rehabilitiert? Ey, jetzt ist Kundran auch tot, Mann. Boah. Das botzte? Keine Ahnung. Ach, Mann. Was? War das richtig? Nee, er hat in die Menge gesnipet. Ich hab' Kundran die Scheibe erwischt. Ich hab' Kundran die Scheibe erwischt. Ja, du hast die Scheibe erwischt, aber ich hab' ja gesehen, was du vorhattest. Nee, ich hab' aber auch Kundran erwischt. Oh, nein. Doch, ich hab's gesehen. Ich hab' grad gekauft. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Nee, also ich hab' Kundran am Anfang durch die Scheibe erwischt. Ja, ja. Meine Shotgun, Bitchin. Meine D-Dreimal. Dann hat Nils... Dann hat Nils Traitor eingestellt. Ah, okay. Ich nehm' schon meinen Stuhl. Dann hat Nils zum Glück auf Dalukat reagiert. Ja, Nils, der natürlich direkt was gegen mich. Ja, ich wollte da den Mord aufklären. Mord und Motschlag. Alter. Der Fall wurde gelöst, zufriedenstellend. Wie soll ich denn jetzt... Oh, shit. Dank eines Random Kicks von... Das war so lustig. Oh, Rant. Das war lustig. Ah, Fisk! Ich häng' fest. Ich auch! Und das zielt Nephi auf uns. Ich häng' auf. Oh, Nephi hat auf mich geschossen. Nein, Fisk war das. Nein, ich hab' doch auch nur noch 80. Was ist los, Kinder? Ey, Nephi hat, glaub' ich, auch viele. Nein, ich hab' noch volle Muni. Ja, irgendwer hat auf jeden Fall an uns geschossen. Ich hab volle Muni. Da kommt ne Mikrowelle... Vorsicht, die geht gleich hoch. Ich hab' eine Mikrowelle geflogen. Irgendwo... Wär doch schade, wenn du in den Mikrowelle an den Kopf kriegst. Worüber beschwern? Ich hab' 100 HP. Aber du hast ihn mit nem Prop abgeworfen. Was hast du schon wieder vor? Dann muss er sich ja nicht beschweren. Ah, ich... Wer hat hier eigentlich aufgemacht? Der klemmt mich ein! Los! Slam sie! Oh, wieso slammst du nicht sie? Ich wollte sie slammen. Achso, ich dachte, du wolltest mich slammen. Oh, was? Wer ist jetzt gestoppt? Oh. Was hat das so? Sorry, Junge. Hallo, ist gestoppt. Ich war's. Ich hab's versehen in die Mikrowelle aufgeworfen. Okay, es ist... Aber er hat mich auch schon oft gerandom killt in letzter Zeit. Au! Wer out! Wer schießt auf mich? Ah, es ist... Nicht nach den Ereignissen der letzten Zeit. Au! Warte, ich hab... Ah, Fisk ist es. Der hat ne Minigun. Ah, nein. Das war... Okay, es war nicht mal ne Minigun. Ah, nee. Was? Nee. Doch nicht. Au! Ach, scheiße. Aua! 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 Oh, oh, war das nicht? Shit! Ah, ich war zu weit. Hä? Wo bist du hier gelaufen? Nein! Sorry, Junge. Ich hab's nicht gesehen. Haben die an dir vorbeigeschastet? Nein! Das war so gut. Eskatalation. Dann wärst du mal locker die Mikrowelle aus dem Handgelenk und schon bricht es ihnen hoch. Da kann doch keiner mit rechnen. Am besten mal Julie. Bleibt in der Ecke stehen. Ich denk so, okay. Macht sich den ganzen Spaß an. Ach ja. Wieso war das keine Brand? Es sah eigentlich bei Fisk kurz aus wie ne Minigun in der Hand. Ich hätte Nefi killen sollen. Ja. Also, die Chance hat das. Ja. Jetzt ist nun illegal. Oh nein, Botschaft ist ein Feuer der Scheine. Ich weiß nicht mehr hinten. Ah! Julie oder Nefi. Nein, ich nicht. Ich hab dich zwar zweimal getötet, aber... Ah, wer ist das? Das hab ich ganz sympathisch gemeint. Oh mein Gott, hier ist ein... Nein! Nein, ich mach's nicht. Hier ist ein Zeuge. Ein Zeuge? Zeuge? Jehovas? Ja, hier, kunden dran. Das Zeuge Jehovas, Leute. Nicht! Prob killt ihn. Was für Blowman hier. Hier will keiner Blowman. Blowman? Blowman? Okay, ich geh jetzt weg, dann kannst du Nils Prob killen. Ach ne, Nils kommt auch weg. Nein, Nils ist in meinem Team. Nefi hat was auf mich geworfen. Ne. Was denn? Das sah so aus, Nefi. Ja. Heilige, warum... Au! Da unten? Ja, ich hab das nicht geworfen. Ich war oben. Nefi ist im Anfangsraum. Ja eben. Das sagt dir so ein Julie-Move. Nee, ich glaub... Julie-Move? Es gibt schon Moves? Hallo, ich war doch hier oben und ist unten explodiert, Kunde. Ja, du bist ja... Du bist mir entgegengekommen. Du kannst ja wohl locker von hier runter geworfen haben. Ich würd die Frag-Grenade werfen. Ja eben. Oder die Blitz-Grenade. Kunde ran. Nefi. Aha, Duell. Oh Gott, aua. Aha. Der Duell. Das ist Julie gewesen. Nein. Mit der Rumpage bin ich's nicht. Kunde verfolgt mich. Julie ist ein guter Call. Nein. Hab ich auch. Julie ist ein guter Call. Wir schützen dich. Da ist einer gestorben, oder? Da ist einer gestorben. Wir waren gerade im selben Boot. Wir haben das Nefi, Leute. Soviel zum Thema Julie. Weil er hat uns sie geworfen. Warte. Ja. Warte. Ich hab nur 13 HP. Ich seh nix mehr. Das ist ein einzeln. Warte. Lass uns das alleine regeln hier. Warte. Er lebt noch. Der steht bei einer Ecke. Ach Mann, ey. Ja, ja. Er lebt noch. Okay, ich spiel jetzt richtig, Leute. Ha. Okay. Nefi bekam die Rumpage. Ich hab mal Tigerkill an Nefi gemacht. Ja, ich war schon kaputt, ey. Lass mich zu sehr hinreißen von den Cops. Von den Cops? Ja, von denen auch. Hey, ich will da. Habt ihr eine neue Technik gezeigt, wie man von den Cops abhankt? Ja. Geht besser in der Gruppe. Ich muss wieder ein Problem nehmen scheinbar. Wie sie alle hier im Anfangsraum stehen. Ich könnte auch mal den scheiß Knochen drücken. Wenn das ne Brand war, ne? Alter, auf mich wird geschossen. Aua. Aua. Ach. Autsch. Autsch. Auf 60 hat er mich geschossen. Wer war das? Der der hier. Dalu ist es. Nein. Der hat mich auf 60 geschossen. Das war Nils. Ich wurde gerade angeschossen. Nils. Nils. Ja, Nils. Der ist super low. Okay, ist tot. Dalu ist es hinter mir. Hey, ich hab Nils erschossen. Was ist hier los? Keine Ahnung. Hast du ne Waffe? Hast du ne Shotgun? Hey, nicht auf mich. Ich bin safe. Juli. Du bist jetzt da. Okay. Juli. Dein Name ist da. Juli. Dein Name ist da. Oh. Du bist jetzt da. Ich wollte eigentlich sagen, dass Dalu es war, dass Nils getötet hat. Ich hab das nicht mal gemerkt. Dann war ich schon tot. Du warst es. Verblendet. 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 Alles Lügen. Lügenpresche. Lass mich vorbei. Wah, 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 wah. Und jetzt hab ich die Kaciuge. Ich hab den Spuhl mitgenommen. In den Tisch. Jetzt können wieder die Witze kommen. Los, Leute. Das war's auch gereicht. Und die Zeit. Wann werde ich endlich endlich dafür bezahlt, hier mitzumachen? Ja, wenn du Videos aufnimmst. Ihr wollt's grad sagen, wenn du Videos aufnimmst. Selbst des. Der Detective am Anfang. Wehe. Oh, Fisk hat ne Brand. Ich hab ne Brand. Wotze. Hallo, Kunrad. Du wirst beschattet. Kunrad hat gekauft. Kunrad hat gekauft. Ich bin schon die ganze Zeit. Kunrad steht hier. Ist da nicht schon einer gestorben gerade? Weiß ich nicht. Ein Schuss. Ich hab ne Woffler geschmissen. Scheiße. Ein Schuss. Ein Schuss. Ein Schuss. Was ist denn da eigentlich los? Ja, aber ist doch nicht los. Das war wie in so einer schlechten Werbung. Ein Schuss. Boah, da sind nur zu viele. Wer war da ganz shoppen Kunrad? Ah, Nils ist es. Nils ist es, Leute. Nils ist es, Nils! Dalo war das. Das war Dalo. Wer ist das da? Das war Dalo. Was machst du denn? Warum? Das war Dalo. Das war Dalo. Nein, das war Dalo. Dalo. Wir können doch schießen. Ich kann nicht da durchschießen. Juli bleibt städte so. Immer so stehen bleiben. Alter. Also ich hab keine Emulsion mehr. Auf wen schießen wir Nefi? Ja, ich schieß, aber es trifft ihn glaub nicht. Auf Kun dran. Nefi? Auf wen schießen wir? Dalo. Dalo, sag Dalo ist es. Das ist egal. Alle sind tot. Es sind nicht alle tot. Doch, ihr beide seid ihr. Nein. Wir sind doch hier alive. Ja, wir sind doch alive. Wir können mitreden. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Ja, warum auch immer. Ich hab dich nicht gesehen. Das Battle auf dem Balkon. Ich hab dich gekauft. Womit hast du mich getötet, Dalo? Weil der Fehl auf sich nicht kommentiert, Dalo. Weil der Fehl sich nicht gefühlt hat. Der Guido Maria. Bist du Fan, Juli? Nein. Der macht doch Unterwäsche, oder? Ja, davon ist Juli kein Fan. Der Titel macht Unterwäsche. Der Titel macht Unterwäsche. Unterwäsche ist nicht cool, ey. Oh, neuer Titel. Juli ist kein Fan von Unterwäsche. Jo. Julis Unterwäsche ist der Titel. Das ist noch viel besser. Nein, 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 nein. Nein, Botzer, weg. Ich hab nur noch 60. Ich hab ihn. Ich hab einen original Fisk. Wir können es ja be-teasieren. Brie noch zum Fisk-Markt nach Hamburg. Hahaha. Ist die Tür schon auf da hinten? B. Whatever. Wer kommt hier? Wer ist der? Wer ist der? So, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Meine Waffe ist losgegangen. Alles ruhig. Oh, Alter. Hat auf Juli geschossen. Ich hab nicht geschossen. Juli hat auf mich geschossen mit der Schock-Hand. Aus Versehen. Entschuldigung. Soll ich Ihnen zweifeln? Ich bin ziemlich sicher, dass Nils mich als Target hat. Juli wird niemals in Versehen passieren, Leute. Doch. Sowas passiert auch mir. Ich mach jetzt Nils weg. Geh weg. Ich häng im Klo. Das sagen viele. Ey. Juli hat mich angeschossen. Du hast mich runtergeschossen auf 60. Stirb. Wirklich auf ist sie ja nicht. Warte. Ich bin Inno. Ich hab nur noch ein HP. Gut, Gaming will mich jetzt machen. Das ist Tracer. Wir lassen die magische Heimplass entscheiden. Wer ist das? Ah. Guck mal. Ich geh jetzt hier lang, Leute. Wenn ich rausgesungen werde, ist es mir dran gelaufen. Fisk ist es nicht. Bam. Warum hab ich Nils so nicht gemacht? Ich hab sie noch fliegen sehen. Goddammit. Die wollte gerade Fisk töten. Und dann seh ich in meinem Augenwinkel diese Märtyra grad hatte. Wieso? Ich hab doch den Trailer getötet. Weißt du, alle haben mal Juli geboxt, aber ich kassier von ihr, weißt du? Ja. Ich hab's auch nicht geboxt. Du warst der Letzte, den ich gesehen hab. Alle boxen Juli, aber auf Englisch, äh, Netflix. International. Warum hab ich das Gefühl, ich werd hier gehäuft gedisst? Ich folge, werd ich wieder fünf Teile. Nein. Nicht gedisst. Genutzt, Juli. Genutzt. Ach so, ja dann ist okay. Aber positiv genutzt. Ja. Natürlich. Wir würden nie was machen, was dir nicht gefällt, Juli. Nein. Das sagen sie alle. Ich hab's nicht geschafft, Leute. Ich hab's nicht geschafft, Leute. Ja, ich mach, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Hilf mir, Kunran, hilf mir. Ah. What's there? Hast du sie? Okay, what's there? Jetzt was. Sorry, die war Krater. Wir sind besau. Alter. Hat Fisk grade? Nein, Niefi. Ich war das. Niefi war Deadbringer, glaub, oder? Echt keine Ahnung. Ihr beide könnt euch jetzt duellieren. Okay. Kunran. Shit. Hä? Hilfe. Wo ist er? Nein, geh dahin. Nein, ich will nicht. Weg ab. Oh, ey. Echt irgendwann. Das geschieht direkt. Du warst weg. Willst du dir das geholt, ey? Ich hab nur sechs Abwege. Nein. Wie viele Innocent-Kills haben grade. Ich muss noch ballern, dann geht's los. Nefi, wieso bist du einfach ausgedickt? Ich bin ausgedickt. Du hast doch Nils erschossen. Nein, das war Dalu. Das war Dalu. Ach, scheiße. Weil er Nilo erschoss, ey. Der sich denn hier lange geschossen. Das kam von Nils. Nein, keine Ahnung bei mir. Ich hab mich doch entschuldigt. Ja, das ist ja der Gute. Entschuldigung. Entschuldigung. Es gibt so jemanden. Gehst du auf die Straße. Ich hatte sogar einen Traitor gefangen. Gehst du auf einen Kölner Marktplatz, erschießt einen mit dem Kopf lang. Entschuldigung. Entschuldigung. Nach solch, ich hätte jetzt nicht Köln gesagt. Wenn jetzt irgendwas passiert, muss ich die Folge wieder runterlegen. Ah, Bots, da ist es. Wenn jetzt was passiert. Warum sagst du einfach meinen Namen? Alter, Nefi, ey, was soll das? Nefi auch. Jetzt los. Hab ich ihn? Bots, da stand direkt dein Name im Chat. Warum stand direkt dein Name im Chat? Weil Bots, Bots da mich wieder gepropkillt hat. Mal wieder. Lol. Aber das war instant. Die stand daneben und ich hab nix gesehen. Auch andere. Der war genau rechts von dir. Da hab ich ja noch Glück gehabt. Ich wollte auch erst nach links werfen, dann hab ich gesehen, oh, da ist ein T. Oh mein. Ah Leute, noch 91 Wunden, dann ist endlich Italie. Endlich Italie, dann landet der Flieger wieder. Wie sie alle immer aus dem Anfangsraum stüren, ist immer wunderschön. Nur um geproptkilled zu werden. Furchtbar dahin. Hier auf dem langen Gang hol ich mir mal meine Opfer. Oh, wer hat auf Dalu geschossen? Sorry. Was? Ich hab den Feuerlatch in der Hand. Ja, ja, ich war das. Oh, ne Bockte bei mir rein. Es sollte noch in der Preparing kommen, aber das war leider schlau. Was hat der Preparing gebracht? Nichts. Kundran war shoppen. Nee, wie ist es? Nee, wie ist es? Nee, wie ist es? Nee, wie zielt schon wieder so auf mich. Kundran war shoppen. Nee, wie zielt schon wieder so auf mich. Nee, wie zielt schon wieder so auf mich. Hilfe. Oh mein Gott. Nein, hallo, nein! Wer war das? Nils, Nils! Nils ist es! Oh Mann. Da geht ein Nachhof. Warte, explodiert doch immer. Läuft bei Dalu. Sagt doch Kundran, jetzt ist der was shoppen. Aber keinen Klauchない. Ich hab nicht geshoppt. Der shoppen? Der ist immer am shoppen. Du hast die Klinik angeschossen. Ja, ey. Detektiv. Ja. Die Kugel ist geflogen und während die geflogen ist, war es auf einmal blau. Diese Eskalationsrunden auf dem Airbus. Es-k-a-ta-la-tion-s-eck. Für kleine Runden ist es eh zu witzig. Da kann man ja wenigstens Quatsch machen. Auch mit 20 Leuten könntest du... Quatsch! Ihr tut mal ernst. Ja, der ist immer so ernst. Ja, der ist immer so ein Try-Hard im Spiel. Ich hab'n Abfahrt. Ich hab'n Abfahrt. Einmal ganz oben stehen. Oh nein, wir hatten das alles. Okay, du kannst rennen, Fisk. Kaumst du rein! Kaumst du rein! Kaumst du rein! Kaumst du rein! Es ist doch da. Ist er schon da? Ghostbots hat geschossen. Ey, was soll das? Ich werf nur Ploch! Ich werf nur Ploch! Okay, okay, ich lass' es. Here. In the Julie hood. Jetzt reicht's, Julie hat auf mich geschossen. Es ist gut. Du bist mein nächstes Team übrigens, Nils. Du auch auf mich. Hey! Wer ist das gewesen? Ich steif mich nämlich schon an. Ich nicht. Ich bin schon fast da. Ohls, Junge. What is? Der Trinker! Wer hat denn einen? Der wär wohl. Fisch! Da kommt er! Ich hab ihn durchsichtig gesehen! Nein! Ich hab ihn durchsichtig gesehen! Ja, das geht doch. Was ist das? Ey, Grundrat ist es, oder? Nein! Ja, Wotzer ist es. Hallo! Ach, lol! Ich hab dich gesehen, ey! Ich hab dich gesehen, ey! Learn to play! Aber wie geil er da hochschrabbelt! Der Gifteffekt ist einfach so grausam! Er krabbelt da hoch! Ich bin fast da! Ich kaufe noch ein Fate, ey! Ich bin leicht da! Achtung! Das hat sich eigentlich voll gelohnt! Auch wenn der Detective nicht der Erste auf meiner Liste war, ihn halt direkt zu töten! Ich war aber auch nicht schockt! Ja, genau! Ja, eben! Ich hatte mega viele Credits dann! Ja, zwei Credits musst du gekriegt haben, auf jeden Fall! Ne, eins, oder? Ne, du kriegst einen für den Detective und den, den ich hatte! Oh, da ist Fisk wieder auf dem Gang! Er fliegt! Der willkommene Abwechslung! Der willkommene Abwechslung! Oh, shit! Ich lass das weg! Ich hab's direkt fallen gelassen! Was machst du? Oh, lauf! Wer war das? War das hinter uns, Nils? Das war nicht Juli! Das war nicht Nils! Ich war's auch nicht! Ich steh fast drin! Ist es wieder vorbei? Nein, 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 nein! Ich würde sagen, einer, der da hinten ist! Ja, ja! Nein, aber da muss einer davon da gewesen sein! Du kannst doch gar nicht durchschießen! Ja, du lebst jetzt wirklich noch! Juli hat auf mich geschossen! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich schaff's nicht! Das war vor allem voll gezielt! Ja, okay! Entschuldigung! Das passiert jede Runde! Nee, Juli war das nicht mit dem Friendship! Sicher? Nefi ist übrigens auf der anderen Seite! Er ist nicht sicher, weil er's gemacht hat! Nefi, das ist diese Zeitlupe! Dalu kann das auch! Nein, nein! Dalu hat Juli überführt! Dalu! Nein! Das hab ich von Juli! Nein! Das hab ich von Juli! Das hab ich von Juli! Hör doch auf! Glaub ich dir nicht! Ey! Hör auf, ey! Sonst steht da noch einer! Aua! Ich bin's nicht! Ja, ja! Das... Entschuldigung! Oder was? Oh, ne! Okay! Warum kühlst du mich da nu? Du? Du kamst da in der Zeitlupe um die Ecke gesprungen! Das war ziemlich verdächtig! Entschuldigung, als ob da drei... Ich zieh dir fest, die Kugel ist geflogen gerade! Die Kugel ist geflogen! Die finale Kugel flog! Ah, das sah geil aus, Kunran, sorry! Ja, wenn er direkt noch einen Inno mitgenommen hat, war doch gut, ey! Ich find's richtig scheiße von dir, Fisk, dass du dauernd die Disco wirfst! Ein Baby mit Zeitlupe! Ey! Mach das dann auch den Sound so langsam, so... Ne, das Baby fliegt schnell, aber wenn du einen triffst, fliegt der halt in Zeitlupe weg! Meine! Da ist er! Da ist der Fisk! Lass mich dätschen! Lass mich dätschen! Geh weg! Da ist er! Da ist er! Wer ist nach runter gesprungen? Wer ist nach runter gesprungen? Nils! 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 Nils wollte mich machen mit nem Headshot durchs Glas! Kann man doch nicht ernst nehmen! Doch! Ich hab ihn! Hier, los! Er könnte ihn machen! Wer ist das? Mikrowelle! Ich! Ah! Bobster hat mir 25 Leben gemobst! Ey! Halt! Entschuldigung! Ich hab's wieder zurückgeholt! Das ist dreulich! Ich bin ein Rache-Mensch! Rache-Engel! Revenge! Rache-Kills sind verboten! Hat Fisk grade irgendwie... Heilige! Lauf! Heilige! Ah! Lauf Nils! Heilige hab ich geworfen! Okay! Bam! Bam! Ich hab in die Nase! Dann komm ich in die Nase! Alter Nils! Willst du mich killen? Oder was? Ich schmeißt dir da wieder irgendeinem Beko, alter! Einer ist Nephi! Oh, Nephi! Einer von uns ist Nephi, Achtung! Einer ist Nephi! Ich nenn dich ab jetzt Emily. Wer wurde... Das passt nicht. Julie enthält sich vom Chartort. Ich wurde angeschossen. Von wem? Da vorne. Da liegt eine ohne... Oh Gott! Warum schießt ihr ihn nicht ab? Hab ihn. Aber Fisk hat nicht geschossen. Doch, ich hab doch geschossen. Hat er nicht. Doch hab ich. Er wurde beschossen. Ja, aber es ist Fisk. Du, langsam. Hast du nicht Fisk mit dem Baby beschossen? Nein, ich hab Ilse gekillt. Zwei Friendships. Doppel Rainbow. Ich versuch's doch mal und trifft auch noch. Oh, hier ist Shaked, ey. Er ist die Mikrowelle, ey. Oh Gott, da unter liegt noch eine Schock. Ja, ich weiß. Ich hab eine. Der dritte freut sich. Mein Gott. Ich hab mich an der weggeworfen. Jawoll. Nein, jetzt meine ich hab mich weggeschossen. Ich hab ein, ich hab ein. So, ich block irgendwen im Anfangsraum. Gib's doch nicht. Ihr könnt euch hier duellieren dann, okay? Ah, scheiße. Machen wir noch einen Deal? Los, Kundran und Juli. Ihr müsst euch jetzt duellieren, wenn's losgeht. Nur einer dafür. Nein, ich töte ihn. Ich hab nichts gesehen. Machen wir Grant? Hey. Come out of here. Oh mein Gott. Oh. Warte, ich hab ein Deal. Oh. Nein. Ich gucke auch nicht, was du warst. Das ist alles geheim. Ich gucke auch nicht, wen hast du umgebracht? Ach. Achso. Was? Hä? Das war unlogisch. Leute, Fisk ist tot. Hau auf. Ich hab dich schon einmal umgebracht. Ich werd dich noch mal... Schon wieder am Stoppen-Kun dran, Alter? Leute, ich glaub, Fisk ist gestorben. Ach, du weißt weh? Warum muss ich mich dauerhaft wehgen eigentlich? Ich hab aber nix für dich. Nee, ich hab aus Versehen Fisk getötet. Ja, wo denn? Keine Ahnung, seine Leiche ist auch einmal weg gewesen. Warum ist er nicht... Achso. Da hinten wurde geschossen. Hä? Ich hatte extra nicht gekauft, wo war's? Ich wusste es nicht. Sorry, Fisk, aber ich hab doch gar nicht geworfen. Aber ich wusste es nicht. Weiß ich mal. Ich war einfach gestorben. Mal wieder. Fisk war der andere Traitor, oder was? Einfach tot. Nee, Dalu hat aber zwei Traitor gekillt. Ja, ich hab zwei Traitor gekillt. Zwei Mal an Nils. Ja, ja, ja. Ich hab zwei Mal Nils gekillt. Zwei Mal an Nils ist okay, ja. Zwei Mal an Nils ist okay, ja. In einer Runde. Fisk war der andere, oder was? Ich hab ihn erst gekillt, aus Versehen. Ja, klar. Dann hab ich ihn wiederbelebt, ohne zu gucken, was er war. Ich stand einfach nur neben Fisk und auf einmal ist er weg gewesen. Auf einmal war er weg. Ja. Gwenz war wieder allein, allein. Dafür gibt's den Feuerlöscher. In Po. Boah. Oh nein. Ihr euch alles in den Po schieben euch gar nicht wieder. Leute, ich hab ihn. Leute. Der Feuerlöscher allein ist keine Drohung. Die macht gerade nichts. Trotz der Leute. Da hab ich mich gedreht. Ich wollt Nifi doch angucken dabei. Heilige. Dalu du. Oh Gott. Die Tür ist offen. Nils. Die Tür ist offen. Häng irgendwo fest. Kondran war das. Achso. Das ist noch eine. Gut, dass du Dete bist, sonst würde ich jetzt. Juliii. Wer hat das Baby da gemacht? Juliii. Ne, Potsdam, 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 Potsdam. Du hast mich mehr. Ich wurde vor einem Baby getroffen. Oh, geil. Was? Da gut war's. Ja, Juliii. Du bekommst doch die Schott drin ins Gesicht. Würde ich ja gerne zurückgeben, aber ich glaube, ich hab alle getötet. Ne, mit der Tür tut zwar ich. Juliii wurde ja im Chat angezeigt, von daher muss er mich getötet haben. Ja, in der Tür. Die Tür da. Wen hast du abgesaugt? Ich glaube, NdT, oder? Ja, mich hat sie abgesaugt. Ja, mich hat sie abgesaugt. Oh, ja. Abgesaugt, was? Hast du noch abgesaugt? Ja, wen von euch hat Juliii schon mal abgesaugt? Ja. Saugen ist was für Männer. Saugen ist was für Männer? Juliii, jetzt möchte ich die weitere Ausführung bitte hören. Ja. Oh, 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 oh! Das war ein Problem am Anfang, ey! Was? Lebst du noch? Keine Ahnung. Grandsat hat mich. Grandsat hat mich. Grandsat hat mich. Grandsat hat mich geworfen. Ich hab ihn getötet, oder? Nein. Aber auch bei Tapp. Das ist der Bug. Er ist es. Es macht ihn. Friendship! Ah! Ich glaube, Juliii ist tot mindestens. Doppelfriendship! Okay, ich habe alle getötet, will ich sagen. Alter! Aber es gibt einen Bug und der ist verboten, ja? Ich habe gerade drei Friendships auf einmal gezündet. Hä? Du bist ein Exploiter! Du hast dreimal schnell geklickt wahrscheinlich. Ähm, Friendship zünden, nach oben werfen, fangen, nochmal zünden. Oh! Boah! Mhm. Aber das ist verboten. Jetzt ist das verboten. Jetzt ist das verboten. Ich wollte das testen, ob das halt geht. Weil ich habe in irgendeiner, Fisk hatte gerade in einer Runde einen Friendship gezündet. Ich habe ihn aber direkt erschossen, habe den aufgehoben und einfach nochmal gedrückt. Dann ging das nämlich nochmal. Jetzt kam ich drauf. Jetzt darf jeder aber nochmal machen. Nein. Ja, aber geil. Ich habe euch alle mit den Friendships getötet. Ja, das ist ja auch schwer, wenn die Flächen dringend überall sind. Ah, eh. Hätte nicht jeder geschafft. Ah, eh echt. Nee, wahr. Der Fisk hat das nicht geschafft. Hat einer Schaden bekommen? Nein. Ich habe auf die Scheibe geschossen. Halt, jetzt. Sag gleich. Nein, gleich. Halt, stopp. Sonst wäre ich einfach eskaliert und hätte einfach voll auf Nephi. Ja, das ist Nephi. Hey, Fisk, hast du gerade auf Nephi geschossen? Ja! Du hast doch geschossen. Du hast geschossen. Alter, Nephi hat mich gekillt. Ich. Hö, er war... Oh, das ist so dreist, Nephi. Ja. Er hat auch nicht geschossen. Warum? Und Kunran schießt auch auf dich. Nein, ich bin ich nicht. Ich schieße nicht. Ich schieße nicht. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist Nils. Er will es testen. Oh Gott, das war Nephi, oder? Der da so geschrien hat, meine ich. Nils war es jetzt, oder? Also du war es jetzt auf jeden Fall nicht. Friendship ist Erstmal weg. Ah.. Ich erne einfach nur Schüsse und.. what? Märtyrer noch? Ja, hatte ich von Anfang an. Haha, Traitor's Fade. Wieso hast du einfach Fiss getötet? Er hätte auf mich geschossen. Hab ich nicht. Dann schiebst du das in die Schuhe. Nein, nein. Ihr seid doch eskalierter vor mir. Niemand ist eskaliert. Es war alles vernehmlich, ich hab nichts mehr gesehen. Ich hab nur 37 Punkte hier, weil ich die ganze Zeit Grandom killt werde als Traitor. Vor allem, wenn der Traitor ist. Ist total gemein. Shotgun auf die Distanz. Letzte Runde jetzt. Mit der Huge. Was hast du denn vor mich? Alter Putzler. Jetzt bin ich es aber nicht. Wer ist da oben? Nils. Ich bin noch hier oben. Ich krieg Schaden, ich krieg Schaden. Oh, ist doch gut. Schon wieder Putzler. Mit dem Probe-Kill. Das war Vardalu. Nein, ich bin aus dem Spiel eigentlich. Ich bin aus dem Spiel ausgetackt. Genau, weil du bist ganz unten. Ich kann grad nichts machen. Ich bin aus dem Spiel. Oben. Julie. Julie. Ach, Spaß. Jetzt macht sie doch einer. Sie ist doch da oben. Macht sie doch einer, Mann. Verdammt. Moment. Ich bin da andere Leute. Ihr könnt mich killen. Ich bin irgendwie rausgebacken. Du hast dich gerade bewegt. Kannst du denn die Aufnahme beenden? Denn es ist jetzt vorbei. Bis zum nächsten mal. Ciao und Tschü. Ciao.